Hallo und herzlich willkommen hier zu einer Aufnahme Dead by Daylight. Die machen wir jetzt spontan. Mal gucken, was daraus wird. Und First Me Daddy. Fist. Da steht Fist Me Daddy. Oh, siehste. Ich hab Ready geschrieben und gesagt. Achso, ja, stimmt. Ich hab mich verlehnt, tut mir leid. Jo, bin auch am Start übrigens. Also vergiss unseren Namen immer zu sagen. Hier, Felix Absurd am Start. Jo, ist nicht egal. Ich bin der Kern, der spielt. Mann, doch. Der Kern ist zum Beispiel eine Banane. Ne, das war eine Nuss. Egal, ich esse meine Gummibärchen. Ey. Ein schöner Ladebalken. Oh ja, du hast den schönsten Ladebalken. So. Da steht einer bei mir. Bist du das? Das Macmillan anwesen. Also ich hab... Ich bin an einem Haken. Ich hab ewig und drei Tage nicht gespielt. Hab keine Ahnung vom... Der ist der Skilltest bestanden, würde ich sagen. Bleiben wir zu gut. Ich hab auch lange nicht mehr reingeguckt. Du hast schon öfter gespielt. Ja, ich hab echt öfter gespielt. Das stimmt. Haltkütiger Anfänger hier. Wow. Das war ich nicht. Das war mein Nachbar hier. Der komische Captain hier. Ich sage, ich bin jetzt sterbe, ne? Ah, okay. Der andere wurde angekettet. Ja. Hast du den Killer schon gesehen, was das ist für einer? Na, ich hab's doch gehört. Oder auch mitgekriegt, so persönlich. Vielleicht kennst du ihn ja. Man hört es doch. Ähm, ja. Wer rennt da weg? Felix, rennt du da weg? Ja. Wieso? Der Geist ist doch nicht schlimm. Ich hab ne Kiste detected. Und hier könnt ihr weitermachen. Achso, okay. Äh, ja, ich hab auch eine gefunden. Plus, da war genauso ein blöder... Äh... Sonny... Sonnykasten drin, wie... Schön gemacht, Jungs! Oh, der leckt hier aber schön rum. Oh, und Sonnykasten! Lecker! Ja, aber nur... Äh, ein guter wenigstens. Oh! Pfff! Hinter mir ist ne Krell gerade gelandet. Ich hab ich... Ich seh den... Ich... Ob ich rausseh den Jungen. Ich renne auch mal hin. Also der Kreis ist echt fies. Ob der wohl käme? Kann man gleich sehen. Ich bin gleich da. Run, 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 run! Komm runter, Junge! Gib ihm... Deine Rettung! Danke. Tschüss. Auf course, sie is behind me! Ah, gut. Boah! Hilfe! Ich will dich deine Glocken anfassen. Behalte ich mich über dich. Ist er noch hinter mir her? Ich hab da nichts kaputt. Äh, du lagst ein bisschen rum. What? Also bei dir nicht. Bei mir läuft alles zu flüssig. Nee, du läufst richtig, aber Skype hat sich... Da hat irgendwie komisch angehört. Okay, ich bin ihn los geworden. Einigermaßen. Wahrscheinlich findet er mich gleich. Kommt du gerade an dem Ding rum? Ja. Ich bin genau hinter dir. Jetzt ist er genau hinter mir, ja. Der kommt nicht hier lange ran. Ich fliege vorne. Ich mach den Generator fertig. Ich fliege ihn noch mal weg. Genau so, Anton. Voller Körper einfach. Ja. Nein! Oh, war ich nicht. Krass. Was ist denn dahinten? Er ist am Generator, den ich gerade packt hat. Und dann hat er jetzt ins Haus da rein. Hä? Wo ist er? Wer? Äh, er ist da an dem Generator, den du gerade gemacht hast. Da ist er. Wer denn? Das ist nicht wahr. Der Geist. Wer denn sonst? Ja, ich will... Der verfolgt mich die ganze Zeit. Ach, lol. Wie? Als wüsste ich das da richtig. Ha, der hat aufgegeben, hinter mir her zu sein, oder? Ja, er steht direkt vor mir. Alter, willst du mich verarschen? Hey, was war das denn? Okay, er hatte keinen Bock mehr. Er hätte mich locker bekommen können, wäre er einfach die ganze Zeit im Kreis gelaufen. Scheiße. Wenn die Palette... ...mei Hero... Oh Gott, da hinten reparieren sich gerade zwei. Ja, ich repariere mich gerade selber. Ich hoffe, ich kriege das jetzt mit dem anderen Sunny Zeug da noch hin. Wenn es noch drin ist. Ja, es ist noch drin. Sei schön. Sehr schön. Ha, okay. Hab mich selbst geheilt. Oh, playtime. Oh, hier ist gar nicht der Keller. In die eine Höhle darf man niemals reinrennen, weil das sieht aus wie der Keller. Da könnte man sich verstecken, aber nein, dann ist da einfach nur so ein Ende. Einfach nur Fels. Einfach. Boah, Fels. Also meinst du in der kleinen komischen Hütte da? Also mit dem Spitzdach? Äh, in einer Hütte, aber nicht Spitzdach. Weil, das gibt es in der Hütte, wo eigentlich immer... Ich wollte mich gerade übelst am Zwiebel. Biebeldach und klein ist die Hütte jetzt auch nicht. Nach zwei Generatoren, alle leben. Er ist wieder sichtbar. Er ist hinter mir her, ey, komm. Nee, ist er nicht. Ich wollte da doch. Nee, klar nicht. Ich weiß, wer es woher ist. Der ist auf der... Da fällt jetzt Bescheid. Meine Sicht ist jetzt nicht so besonders. Ich mach jetzt hier nur noch einen Generator. Ich bin jetzt beim Generator, den wir gerade verkackt haben. Ich bin beide. Da hinten sehe ich Kräne aufs Fliegenzeichen. Vielleicht ist da jemand von meinen Leuten. Ich hab keinen Generator, Leute. Ich bin voll gut und schützvoll. Ich glaub, wir haben gleich beide fertig. Oh, scheiße. Äh, noch 30 Sekunden oder so. Ich krieg keine großartigen Fähigkeiten. Ich bin gleich fertig. Ich bin gleich fertig. Ich bin gleich fertig. Ja, komm. Ja, Endspurt, Alter. Geil. Bei mir ist auch gleich fertig. Yes. Großartiger Fähigkeiten-Check. Und... Ah, da bist du ja. Ich stehe nicht. Guck mal, hast du dir gerannt? Äh? Ben mal da. Ich bin direkt hinter dir. Direkt hinter dir. Ich steh dich. Hier. Hier, hinter dir. Du rennst immer weg von mir. Hier ist auch so eine Tür. Komm, lass die Tür aufmachen. Ja, ich wollte irgendwas machen. Ach, ja, da ist es. Wenn er hinter mir her ist, dann machst du die Tür weiter. Er ist hinter mir her. Er ist vergessen, er ist noch unsichtbar. Ich weiß. Weil er ist schneller. Hände doch nichts zu mir, Junge. Sorry, ich muss raus, ey. Der tötet mich doch. Ja, ist doch... Watt? Ja, er ist direkt hinter mir gerade gewesen. Aber ich will nicht gehindert werden, ne? Ah, der andere ist übrigens... Ah, alle sind draußen. Nur du bist noch drin. Und? Nicht und. Der schafft mich niemals. Hochmut, mein Junge. Kommt vor dir, den Fall. Dein Charakter dachte garantiert auch, boah, ich hab die geilsten Haare und jetzt hat er keine mehr. Komm schon, das schaffe ich auch noch. Oh, der Tryhard, weißt du? Ja. Da ist er nicht, wo er gerade ist. Wo du gerade hinguckst. Da ist er auch nicht. Hä, du siehst, wo ich hingucke? Ja, ich kann ja nur dahin gucken, wo du hinguckst. Echt? Ja. War das nicht so, dass man mal... Na gut. Nee, sonst, dann könnte man ja für den anderen sonst gar nichts kaufen. Und ich lauf raus, weil... Ja, das wäre das kacke. Ich hätte zwar auch noch die, äh, 2000 zusätzlichen Punkte für die Klappe bekommen können, aber naja. Oh, da war Runde 1. Nein, wir sehen uns gleich in Runde 2. Das ging ziemlich schnell. Quatsch, dazwischen, wir sind gleich in Runde 2. Hallo bei Runde 2. Hallo. Wir schaffen wirklich alle in einem Raum. Loll. Und der Killer gleich nebenan. Ja, das hatte ich schon mal. Geil. Alle an einem Generator, das wird gut, Leute, das wird gut. Ich bin nicht dabei. Es ist die Jägerin, die hier rum singen. Echt? Oh, nee, es ist die Krankenschwester. Nee, es ist die Jägerin. Was? Ich hätte gerade ein Mikrofon im Mund gehabt. Habe ich eigentlich ernsthaft gesagt, wir kommen bei Runde 2. Nee, habe ich willkommen zu... Was habe ich gesagt gehabt? Äh, keine Ahnung. Runde 2? Bei Runden 2? Keine Ahnung. Ich spiele manchmal ein bisschen der Retardo. Erinnert mich auch... ...Retardo, Riccardo. Sie ist gerade bei mir. Und I know you love it. Oh, und sie hat nicht mich, sondern einen im Schrank gefunden. Warte, ich versuche... Ich versuche, den zu befreien. Ah nein, sie geht in den Keller. Verdammt. Bitte was Nutzvolles. Wow, eine Schatzkase bekommen. Geil. Die ist gut. Scheiße. Oh, nö, bleibt die da unten. Nö. Was macht denn der mit dem Totem, Alter? Der tritt doch einfach gegen. Was ist einfach kaputt? Ach, nö, eine Camperin. Nein, Gebalki, bleib hier bei uns. Boah, erster Skilltest bestanden, juhl. Ja. Oh, die Nas juckt. Scheiße. Was? Ich bin rausgetappt und dadurch ist das Ding explodiert. Fick dich. Ich weiß nicht, ob man es mitbekommen hat. Okay, ich muss hoch. What the fuck genau auf den Balken? Das war ein perfekter Skilltest. Hä? Wieso? Ich habe die da voll angeleuchtet. Scheuert. Der Taschnapp ist so useless, finde ich. Die ist richtig gut. Wenn man sie richtig verwendet, dann ist sie gut. Ja, genau. Und dabei habert es schon. Das ist halt schwierig, sie zu verwenden. Boah. Gebalki ist einfach disconnect. Ja, es gibt welche, die einfach disconnecten, wenn sie halt hängen, damit die nicht Punkte abgezogen bekommen. Aber ich glaube, ich weiß nicht mal, ob das funktioniert. Komm schon. Profi. Profi. Die Bibmen so krass. Hallo. Ich mache jetzt den Generator übrigens in der Nähe. Ich habe ein bisschen mehr von da, wo sie in der Ausgang kommen. Jaaaa. La 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 la. Lalalalalalalalalalalala Ich stehe hier in meinem neuen Haus Und ich habe gleich den Generator fertig Neckeren Weihnachtsgebäckkuchen Oh lecker Sie hat mich nicht gesehen Wenn du den Killer siehst, einfach mal ducken und langsam hinter einem Kasten oder so Oft übersehen die Killer dann einfach so Ich weiß es nicht Jo, das kenne ich Oh, du bist hier in der Nähe? Ne, der Typ Aber ich werde rüber rennen damit Weil sie, sie geht gerade im Oh ja, ich bin doch hier um dich Im Uhrzeigersinn Ich bin hier gerade an einem Generator, Alter Ich habe sie so hart outplayed Der hat mich nicht gesehen Ohhhh Sie ist gerade hinter dem Baum gelaufen, an dem ich saß Alter Die steht an dem großen Gebäude und hackt gerade auf irgendwas ein Oh, nice Sie hat mich nicht gesehen, Alter, das hätte ich auf Kamera haben müssen Ja Das war ein Close Skill Test Übrigens ist es wirklich effektiv um so kleine Blöcke rum zu gehen, wo dann auch eine Palette ist Weil dann haben die Killer meistens keinen Bock einen zu verfolgen irgendwann mehr Weil die Ich habe sie gerade komplett an einem Baum und dem davor stehenden Generator Offlate Also wenn ich nicht krass bin, dann weiß ich aber auch nicht Also LCS kann's kommen Ich bin in der Nähe von dir, ne? Äh, sie verfolgt ja gerade so einen Dude Wenn du da rennst dann ja Nö Aber sie ist gerade im Haus Ich weiß, das habe ich gesehen Ich mache jetzt gerade Generator Sie ist nicht im Haus Doch, sie ist gerade reingegangen Ne, sie ist draußen wieder Dann ist er jetzt bestimmt wieder rausgelaufen Ja, na gut, aber jetzt Ähm Ja, unsere Generatoren sind ziemlich nah beieinander schätze ich mal Seh ich nicht, also So, da war der Oh, okay dann Bin ich der kleine Perfekter Skill Test GG bester Mitarbeiter Bitte, ohne mich Und Alter, keine Punkte abgreifen Ist nicht fertig, Alter Ich bin verarscht Ja, na gut Hä, ich habe elf und fünf Punkte bekommen, ja Ist über zu wenig Ich hatte jetzt aber Lust, erst doch Genau rechtzeitig kam's Oh, Punkte, geil Ihr sinkt bei mir, es sinkt bei, äh, Lorin Bei dir? Bei mir nicht Ja, ich habe dich nicht gesehen Wie rennt du in dem Generator gerade? Versteckt mich einfach mal hinter einer Palette, oder? Hast du sie nicht gesehen? Ach, sie rennt in dem anderen Area? Ja, sie rennt hinter dem anderen Area Hat sie ihn abgeworfen, oder? Ja Ey, ich dachte, man liegt dann instant Nein Ey, Anton Was bist du? Komm her hier Hey, komm Warum? Hey, komm Nein, keine Popoli Jetzt kam mir die Popo-Poppi-Maschine wieder in den Kopf Was? Was ist Fadoria das Display nicht? Nö Äh, ist er, ist er, ist er, ist er, ist er Äh, mit, äh, Lore for Darkness, oder irgendwie sowas Was ist der Popo-Poppi-Maschine? Guck mal, so macht man das, ja? Man muss einfach dranbleiben Genau das habe ich auch gerade eben gemacht, Junge, als es eben nichts gibt Du kannst so von Glück sprechen, dass ich... Wer holt ihn? Uuuuuhhh, scheiße Ok, mach weiter Go, Anton Oder soll ich, äh, sie unlocken, nämlich? Weiß nicht, vielleicht, ja Oh, er ist schon leider tot Oh man, das heißt, der hat ganz noch Sonne verkackt Ach sooo Was denn? Du hast den verkackt, Texter, damit man... Ja, ich habe einfach mal Leertaste gedrückt, einfach ein bisschen drückt Hier, wir können den Generator machen, wo ich gerade ran bin Ich werde in die eine Richtung laufen Warum? Boah, diese Anspannung gerade Dieses Verlangen auf diesen Keks, denn die mir, äh, was immer für ein Schmerz-Kahn-Gebäck ist Oho Ein bisschen genommen uns, seit dem Das war, äh, einzig, aber erst bisschen Immer schön rum gucken, ist ja klar, ne? Okay, ja Ist ja noch kein einzigen verkackt, äh, wir nehmen den rechten, oder? Einfach mal drüben Irgendwann Hier, über die Palette Soll ich schon mal... Mach! Geh! Mach auf! Ich wollte es aber noch heute anpacken Das war lustig Sie, sie ist so dumm, sie hat die Richtung gewechselt Du hast den Ausgang ungefähr auf dem Schirm, wo der ist, oder? Ich bin jetzt dran und könnte mir noch ein Gebäck brauchen Mach super dahin mit deiner Lägerin, ne? Jaaa Ausgang halb offen, du kannst nicht angerastet kommen, wenn du möchtest Ich weiß nicht Sie ist hier Ich will auch nicht Ausgang jetzt hoffentlich, ich komme ein bisschen entgegen, ne? Ja, ich komme Wo ist der Ausgang? Bei mir, auch wenn du mich siehst Scheiße Äh... Hier Ja, renn! Wenn sie was wirft, fang ich's ab Rennen! Rennen, mein Junge! Besser auf, rennen jetzt einfach! Nein, ich bleib hier stehen So, ins Ausgeflogen Haha Boah, Alter, du bist so assi Äh, das ist aber eigentlich nett für den Killer, da der dann Blutpunkte noch bekommt Jaaa, du, jaaa Das mache ich eigentlich immer, das ist... Naja... Aber... Gute Runde Und gleich Die nächste Schneide sozusagen dann gleich rein, wie wir... Äh... Spawnen dann, oder? Du könntest so ein Schlitzgeräusch dann dazwischen machen, so... Schriiitz! Und dann kommt die nächste Runde Ach, die schöne, äh... Chiotin-Gehäuse Sching! Guck mal! Pfff! 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 Oh Mann, ey! Pfff! Pfff! Alter, ist das schlimm! Du tippst noch was? Pfff! Nein! Oh Mann! Nein! Vor allem hast du sogar... Na gut! Pfff! 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 Erstmal... Erstmal Amos Schabern! Pff! 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 Ja, dann würde ich sagen, war's das für... Die erste Runde, äh... Dead by Daylight! Würde ich sagen, ja, haut rein! Viel Spaß bei den anderen Videos, die hier verlinkt sehen werden, hoffentlich! Und... Sehen uns beim nächsten Mal! Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Bis zum nächsten Mal.